Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer Runde GTA 5 Mann. Und ich möchte euch heute mal die Einblicke von GTA 5 zeigen. In meinen Augen ist es das realistischste Wasser, was ich je gesehen habe, was hier im Fluss zu sehen ist. Ich kann es euch jetzt mal hier zeigen. Ich kann auch mal in dieses Wasser hineinspringen. Und ihr seht einfach, das ist richtig realistisch und richtig geil. Ich werde heute mal Boot fahren, aber erstmal möchten wir uns zu diesen Leuten begeben, die da vorne stehen. Und zwar diesen Typ da. Seht ihr den? Das sind die Leute, so sehen die aus in GTA 5. Und ich finde einfach, die sehen richtig geil aus, richtig realistisch und so. Und jetzt kapern wir mal dieses Ding hier. Wir können natürlich auch in die Ego-Perspektive wechseln, was ich auch sehr nice finde. Weil die Ego-Perspektive einfach realistischer ist. Und jetzt können wir hier runterfahren. Ohne was zu machen, bewege ich mich nach unten. Ich finde einfach, realistischer geht es einfach nicht. Schaut euch mal das geile Ding an hier. Hier runterfahren, hier runtercruisen. Ah, herrlich. Ihr könnt sogar einen Taucheranzug packen und im Pazifischen Ozean tauchen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Okay, kleiner Fail. So, jetzt holen wir uns mal ein Fahrzeug. Natürlich gibt es auch Tiere, die ihr jagen könnt. Es gibt Schnellstraßen im Spiel. Und keine Schnellstraßen. Jetzt holen wir mal diesen Server-Boy raus. Ich mache es mal einfach mal raus. Oh, bleibt da mal liegen. So, Radio will ich eigentlich keins hören. Das ist ein Radio. Ja, ihr habt natürlich auch ein Handy, ein iPhone. Oder ein, ja, ein iPhone von Orange. Weil da kein Apfel abgebildet ist, sondern ein Ding. Ihr habt Internetzugang mit eurem Handy. Pass mal auf. So, der. Junge Socker. Den gebe ich jetzt einfach mal hier ein. Und jetzt passt mal auf, was passiert. So. Tuck, 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 tuck. Und jetzt gehen wir ins Net. Komisch. Funktioniert nicht. Vielleicht ORG. Okay, das funktioniert nicht. Aber es gibt ja auch in einem ganz bekannten Trailer Weinberge. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dieses Flugzeug da, was über diese Weinberge fliegt. Und na klar, wir sind hier in Kalifornien. Und Kalifornien ist halt eine Weinregion. So, erstmal den Fluss überqueren. Wie ich schon sage. Richtig geile Grafik. Schaut euch das mal an. So, vorsichtig. Und jetzt laufen wir mal Richtung Weinfeld. Und ich hab noch nie ein Spiel erlebt mit solchen geilen, realistischen Bäumen. Schaut euch das mal an. Ah, herrlich. Und jetzt sind wir in dieser Weinregion. Und da ist sogar ein Winzer. Und den verprügeln wir jetzt. So. Bonjour. Como se ma. Okay. Den haben wir mal ausgenommen. Den haben wir gerippt. Oh. Somit sage ich Tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Games. Kommt auf der Playstation 3. Ich sage Tschau. Und holt euch dieses Spiel. Weil es ist endgeil. Richtig realistisch und so. Und das muss man einfach haben. Ich sage einfach mal Tschau. Bis dann. Und bis dann. Und dann geht's有人 und dann geht's wills. Tschau.